Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Meat Boy Ja genau, ähm, Einstellung, so, ähm, dann, äh, wir waren, glaube ich, äh, in the hospital. Alter, ey. Ja, Moment mal, Leute, kleiner Katz, bis gleich sein. So, Leute, da wären wir wieder. Wir waren bei dem Endboss von The Hospital und das ist dieser Chat. C-H-A-D. Meine Fresse. Äh. Okay. Duh, dum, 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 dum. Entschuldigung, Leute, ich mag die Musik. Oh Gott, habe ich es beim ersten Mal bis hierhin geschafft. Wow. Wie gut ich bin. Nein, komm ich mal so weit und dann sterbe ich. Wie unfair, was das denn? Ha, 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 ich grinst nicht so kacke. Ach so, äh, egal. Ähm, dann geht es weiter. Ne, das ist ein Drückelner vom Endboss und so. Du, 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 du. Nein, sacke. Oh, komm, mach hin. Lava, schnell. Nein, nein, wie scheiße ist das denn? Ähm. Oh. Dann verkacke ich da. So, Chat. Boah, jetzt bist du tot, ey. Ich hoffe, das geht. Also, es kommt. Es geht gleich fertig. Wenn nicht, dann bin ich traurig, ey. Dann kommen wir nie in... ...the horse... Doch, dann kommen wir rein. Dann kommen wir nie in the sword factory. Boah. Richtig. Und wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt, außer, dass ich ein Gamepad benutzen soll, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich lese übrigens alle. Es sind ja sehr wenige. Ähm. Ja. Was ist das denn? Und da, und dann renne ich da rein. Wie dumm bin ich-sen. Fah- Ey. Frag mir nicht, was ich gemacht hab. Puh. Was ich auf einmal so schlecht bin. Oh, ich war die ganze Zeit so schlecht. Okay, ich war die ganze Zeit so schlecht. Ah, hoffentlich schaffe ich es jetzt. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ähm. Na, weiß nicht. Soll ich noch Finding of Isaac heute machen? Nein, was ist das denn? Ich war ganz am Ende. Das geht ja gar nicht. Echt, ey, das ist... Mann! Boah, ey. Ey, ich drehe ein Rad. 50.000 Parts von dem hier, ey. Wie kann man nur diesen Kack-Endboss so schwierig machen, ey. Der ist ja schwieriger als der endige Endboss. Den ich noch nie besiegt habe. Echt, ey. Ich brauche einen YouTube-Hintergrund. Ja, ich brauche einen YouTube-Hintergrund. Das stimmt sogar. Aber jetzt kann ich es schaffen. Warum geht der da ran, ey? Boah. Das finde ich unfair. Das ist einfach nur richtiger Spielbetrug. Ich will das jetzt schaffen. Mach hinne! Boah, ey. Ja, mach hinne! Ich hab nicht mehr viel Zeit, ey. Boah, das wird der übelst aufgerichtete Part der Welt hier. Äh, also... meiner Welt. Ja, ey. Leute, ich glaube, ich kann mich nicht mehr zufriedenstellen mit dem Boss. Ich kann ihn nicht mehr schaffen in dem Part, ey. So, jetzt... Jetzt erst fällt mir ein, ja, ich könnte die Partie ja mal alle zusammenschneiden und mal richtig schnell so... durch... so... vorspulen, aber... ja. Das ist mir dann jetzt doch erst eingefallen. So, jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's! Ja, jetzt schaffe ich's erst mal von der Plattform da runterzufallen. Atomfass. Atomfass mit dem Triforce. Was, 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 was? Was war das? Boah, ey. Ich hab... kein Bock mehr. Ich hab's ja gerade schon geschafft, Alter, Leute. Ich glaub, dann war's da mit dem Partner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.